Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel! Und zwar heute spielen wir den Blockbuster unter allen Ego-Shootern, nämlich Billard. Ihr wisst nicht, wie man Billard spielt. Also, es ist ganz einfach. Man hat, denke ich, wie viele Kugeln hat man? Man hat 15 Kugeln, kann das sein, ja? Und das eine ist die schwarze Acht. Und jeder... Ach, wisst ihr, was ich spiele? Einfach, ist mir egal. So, ich bin Level 6 und er ist Level 7. Ich spiele das hier gerade auf Miniclip. Und ja, ich bin gespannt. Okay, er beginnt. Hier seht ihr die ganzen Kugeln. Es ist ein wenig verpixelt da. Keine Ahnung warum. Ich verstehe auch nicht, warum das so verpixelt ist. Auf jeden Fall, ich mache jetzt einfach mal diese 4 hier rein, weil du es am nächsten und die kann ich halt reinmachen. Ja, das ging... Das war gut, was? Ja, finde ich auch. Mach sie rein, bitte. Und ja, Kick... Oh, wer... Ja, ja, also... Also, er hat jetzt die vollen und ich habe die halben. Das heißt, ich muss diese Kugeln hier reinmachen. Diese hier mit den Streifen. Und er muss die anderen da reinmachen. Und wir dürfen erst die 8 reinmachen, wenn wir alle unsere Kugeln reingemacht haben. Das klingt irgendwie so kompliziert, aber es ist doch nicht kompliziert. Ich hoffe mal, dass ihr es schon versplanten habt. Okay. So. Wenn man eine Kugel reingemacht hat, darf man gleich noch einmal eine weitere Kugel reinmachen. Ich mache mal die Kugel da. Martin. Nein, er verpixelt. Nein. Nein. Wenn die weiße Kugel reinkommt, darf er die hintun, wo er will. Der kann sie jetzt irgendwo hinziehen. So. Hier brauche ich mal ganz kurz mein Lineal. Geht die rein? Ja, die geht rein. Perfekt. So. Ja, ich hecke ein wenig, weil ich mit Lineal spiele. Ja. Komm, mach auch die weiße rein. Das wäre sehr nett. Ja. Ja, danke. Jetzt kann ich... Ja, 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 ja. Jetzt kann ich auch meine... Nein, ich habe seine reingemacht. Ach, du Scheiße. Das finde ich war sehr peinlich. Also, ich werde mal die hier reinmachen. Hoffentlich geht es hier rein. Ja, es war geplant. Also, so wollte ich das auch. Er muss jetzt nur noch diese 6 hier reinmachen und danach die 8. Die schwarze. Danach hat er 100 Coins gewonnen. Aber meine Kugeln sind im Weg und er kann nichts machen. Oder? Ho, war knapp. War knapp. Hättest du reinmachen dürfen? Ah, er muss die 8 berühren. Und deswegen gab ich jetzt den Ball in der Hand. Ich habe irgendwie Angst, dass das nicht... Ho, es wollte zuerst stoppen, aber danach dann... Dann habe ich gesagt... Nein, Kugel. Nein 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 Okay, ja, das ist jetzt einfach, du hast gewonnen, tschüs ja ja Oder? Er hat meineTM gemacht. Danke. Thank you very much! So, ich nehme mal ganz kurz mein Lineal, denn das möchte ich jetzt nicht verpeilen. Nein, noch nicht gut. Ja. Bitte? Bitte? Jawoll! Gut. Nur noch die 8 übrig. Mach die 8 rein, um das Spiel zu gewinnen. Mal sehen. Oh, total daneben, total daneben. So? Ja? Nein! Nein! Was? Close, close. Ach du Scheiße. Oh, was war das denn? Nochmal. Nochmal. Ich will nochmal spielen, komm. Och, schade, er ist gelieft. Na ja, dann hab ich hier halt ein wenig Geld verloren. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da sind 4. Es wird auf deinen Gegner gewartet. Dieser Gegner ist Level 3 und hat ein sehr gangsterisches Bild. So, er hat keine reingemacht. Also bin ich hier dran. Übrigens, was ich auch noch ansprechen möchte, ist... Ist etwas nichts Schlimmes, ja? Also echt kein Problem. No problem. Der gab. Ähm... Was ich ansprechen möchte, ist, dass ich 10.000 Klicks auf dem ganzen Kanal hab. Als allererst das Banco. Das ist nett, dass ihr sowas macht. Ich kann hier keine Kugel ansatzweise anfassen, die meine ist. Berühren meine ich natürlich. Hahaha. Ich mach einfach mal so. Und nix passiert. Ähm... Da wird's wahrscheinlich ein Best-Off geben. Aber dieses Best-Off wird wahrscheinlich so lange dauern, dass dieses Video das nächste Video für 3 Wochen ist. Und was der da gerade gemacht hat, war sehr peinlich. Also ja, freut euch schon mal auf ein wenig Zeit ohne meine Videos. Hahaha. Mal sehen. Irgendwie... Ich würd jetzt... Oh... Die lächelt mich so an. Die Kugel. Ich mach's einfach mal rein. Mama! Kein Problem. Kein Problem. Gleich 2 von dir reingemacht. Immer wieder gerne. Alter... Wadawada. Ansonsten noch was. Ich würde ja auch mal ein Foto bei diesem... Bei... bei Miniclip ändern. Aber... The Hack. Es funktioniert nicht. Also... Ich weiß nicht, wo der Button dazu ist, dass man sein Bild ändert. Äh... Mal... So. Genau. Genau. Falsch. Falsch. Ähm... Ja. Dann mach du mal rein, bitte. Und mach auch die Kugel rein. Ja? Die weiße. Wo wohnt der Typ eigentlich? Der kommt aus America? United States? Krass. 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 Bin ich auch Anfänger eigentlich. Nein, ich... Lass mich... Ja. Gut. Was willst du jetzt machen? Meine... Hä? Krasser MLG-Move. Aber irgendwie hat der dir nichts dafür gebracht. Tu mal die Kugel hier hin. Nein! Das ist ja gar nicht meine... Meine Scheiße. Ich hab's daher... Ich wollte... meinen Wurf abbrechen. Und... Ähm... Dann... Ja. Ging's einfach nicht. Mann, mach... Mach die Kugel rein. Ich... Nice. Oh... 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 Du bist ganz schön eingelochert. Mal sehen, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen, mein kleiner Freund? Hahaha. Mach. Schieß Bälle stark rein. Ganz... Ganz hart. Oh, deine Zeit läuft ab. Aber... Na... Oh... Oh... Wenn er die 8 reingemacht hätte, hätte ihm sehr viele Punkte gebracht. Nämlich Minuspunkte. Jetzt hab ich's... Bitte. Ja, geht doch. Alter, geh doch da weg und berühr doch nicht mehr, bis er 8... Acht... 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 Und... Hier? Geht das? Oh... So knapp. So knapp. Okay, die will ich unbedingt reinmachen, aber dann nehme ich mal meine Linie an. So vielleicht? Äh... Perfekt. Genau. Ach, ich habe es bewegt, aber trotzdem reingemacht. Tolla terrorita. Das haben wir hier. Okay. Mist. Ja! War geplant, war geplant. Good game. Gutes Spiel. Ich würde gerne nochmal spielen mit dir. Mit dreijährigen... ja, genau. Möchte ich auch gerne spielen. Ich hasse es, wenn ich anfangen muss, denn ich habe immer sehr viel Pech beim Kugel reinmachen. Ja, wie gesagt. Ich habe sehr viel Pech. Oh krass, er hat einfach mal die Weiße reingemacht. Ja? 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 Was ich mit dem Kugel machen kann. Ja? 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 Das hier wird jetzt zum Finale! Oh, sie ist auch Level 6. Okay, okay, ja das wird, das wird, das wird... das wird... kann eine Runde werden. schnackig? Keine Ahnung. NEIN! Warum muss ich denn anfangen? Das bringt mir Pech. Das bringt mir Pech! Mach sie rein! Mach doch einer rein! Schade. Mach sie rein! Mach irgendeiner rein. Mal sehen. Ähm. Nice shot. Nice try. Echt, echt nice. Das ist echt. Wow. Und ja. Okay. What to do, guys? Ich bin einfach mal hier rein. Ja! Sie ist rin gegangen und wieder auch. Schade. Schade. Cracking. Ja, bitte. Close. 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 Ich kann nochmal Facepalm einblenden, denn... Ach man! Das war die einfachste jemals und ich mache sie einfach nicht fallen. Warum auch nicht? Hack. Verschloss. Okay, ich denke ich habe verloren. Ihr könnt hier schon mal den... Was? Was ein Lack! Warum habe ich gewonnen to the Hack? Warum habe ich gewonnen? Äh, denn normalerweise, weißt du, er hat ja gerade die letzte von seinen Kugeln reingemacht und wenn er danach dann die schwarze reinmacht, ist ja alles okay, oder? Aber vielleicht gilt das ja so, dass die Kugel war noch nicht drin, da irgendwie der Schlag noch nicht zu Ende war und deswegen beende ich hier den Part. Ich wünsche euch noch einen freienhaften Tag und liked bitte mein Best-of, das wahrscheinlich in zwei Monaten kommen wird.